Das begleitete Fahren mit 16 Jahren ist unsere Idee, um mehr Mobilität für Jugendliche zu ermöglichen. Wenn man sich vorstellt, man lebt eher in einem ländlichen Bereich, da kommt der Bus nicht aller halben Stunde, sondern es ist die Frage, wie komme ich von Ort A zu Ort B. Bisher gibt es das begleitete Fahren mit 17 Jahren, das ist ein echtes Erfolgsmodell, weil es nicht nur mehr individuelle Mobilität ermöglicht, sondern auch die Verkehrssicherheit dadurch deutlich gestiegen ist. Es gibt vergleichbar weniger Unfälle als mit Jugendlichen, die nicht das begleitete Fahren mit 17 in Anspruch genommen haben. Und deshalb wollen wir, dass das begleitete Fahren mit 16 Jahren möglich ist. Dafür muss sich Deutschland auf europäischer Ebene einsetzen, dass wir das in Deutschland umsetzen können. Mehr Mobilität, mehr Verkehrssicherheit, das ist unser Anliegen. Deshalb das begleitete Fahren mit 16 als unsere Idee.